Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir sind in der letzten Folge genau hier stehen geblieben und machten genau hier weiter, denn ich habe so eine Befürchtung, dass jetzt der große Bossfight mit Arley stattfindet. Sollte es aber so weit kommen, habe ich aber schlechte Nachrichten, denn zwei meiner Weggefährten sind ja vom vorherigen Minibossfight draufgegangen. Das ist Filo. Sollte, Taddee. Sollte. Okay. Es ist nicht so, dass die Kugel in der Kugel geblieben ist. Es ist nicht so, dass die Kugel die Kugel die Kugel nicht verletzten. Du hast... Ich möchte mich nicht wegnehmen, aber es ist nicht so, was ich? Es gibt auch etwas Angst, was ich? Und dann, Schapro! Wenn du, wenn du, die Kugel verletzten, hast du schon vergessen? Aber wie ist das so, was ich? Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich so etwas überraschend bin. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, dass ich in der House of Hearth nicht verletze. Ich habe mich schon seit 7 Jahren verletzt, und es gab viele Sachen überraschend. Ich habe mich schon seit einem Jahrhundert verletzt. Ich spreche, was ich nach vorne geschehen? Ich bin mir empfohlen, was ich nach Borson zu bekommen? Irgendwann nicht, Filiol, was ich? Creve, ich bin mein Leben. Wenn ich mich nicht mehr helfen habe, wenn ich jetzt nicht alles zu tun hat, dann hätte ich nicht mehr. Wenn ich nicht mehr für alle, IOB, können wir trinken. Das war doch ein bisschen. Das ist so schön. Aber wie ist das Schlimm-Aufgabe? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich das答案 nicht weiß. Aber wenn man die Filiol betrachtet, dann kann man die Regeln, das ist alles weg. Was ist das Schlimm-Aufgabe? Ich habe das gleiche Problem. Ich habe das gleiche Problem. Herr, wie... Rine... ... und alle... Ich bin auch Rine. Jetzt geht es also dann wohl los. Das ist das. Hm. Willst du sie wirklich exekutieren? Okay. Damals hat sie nie wirklich auf meine Frage geantwortet. Doch damit ist die Antwort ziemlich offensichtlich, oder? Hm. Niemals würde die Bedienstete mit Absicht verlieren. Es sei denn. Ich würde gerne mit einem, äh, ich würde gern mit eigenen Augen sehen. Was die vierte, der Elf, der Fatui so drauf hat. Wir haben ja schließlich schon mal gegen eine Gottheit gekämpft. Ähm, wäre das in Ordnung? Ähm. Dann geht das jetzt also los. Schlimmstenfalls mit nur zwei Charakteren als Starter. Denn, äh, zwei davon sind ja noch tot. Leider. Ja. Jupp. Habe ich mir gedacht. Wie bedrohlich sie auf einen Zug kommt. Sekunde, Ali. Lass mich mal kurz noch, ähm, den hier machen. Ähm. Dann mache ich aber noch das da. Dann mache ich einmal noch ein Geschenkkörbchen. Dann noch das da. Dann noch das da. Ähm. Ja, doch, Aqua kann ich schon machen. Ich habe ja Farina dabei. Das da und das da. Und doch das da. Und dann muss das genug sein. Ja. Aber hier los ist wirklich toll, am Herbst. Vorher den Schein. Ich bin Jägen. Ich bin Jägen. Das ist ein Tier. Und dann mein Jägen? Ich bin Jägen. Erg Ist. Ich muss halt jetzt ohne Reiden klarkommen für den Anfang, aber ich habe ja noch für Ayaka. Vielen Dank. Woher kommt auf einmal dieser... harte Breakdance... Also dieser harte Schaden meine ich. Jetzt kommt ihre Zweitform dran. Hat ein bisschen was von Spinnenfrau. Blutige Dämonenkunst. Ja klar. Damit sie nicht gleich drauf geht. Das ist Kultsefix. Das ist Kultsefix. Ja klar. Das ist Kultsefix. 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 ... Ich weiß nicht! Ich bin es für euch! Ich bin es für euch! Ich bin es für euch, dein Vater! Das war's für mich. Ich hab das noch nicht geholfen. Ich hab das nicht geholfen. Schon ein wie geil. Ja, heftige Sache, ne? Sie ist schon irgendwie auf dem Raiden Level, habe ich so das Gefühl. Also schon irgendwie Gott Level, unsere Allee, ich wollte schon kleine sagen. Aber irgendwie witzig, dass er ihren Angriff so parieren konnte mit seinem Zweihänder. Also, ja, aber schon nett. Okay. Okay. Das war's für heute. Ich habe noch nicht die Anfeuerung des Anfeuers. Ja, ich weiß nicht, was ich noch nicht verwendet habe. Ich habe immer noch viel geholfen. Ich habe noch nicht die Anfeuers. Ich habe noch nicht die Anfeuers. Wenn du sie in die Anfeuers zu essen, dann kannst du es gut sehen. Die Anfeuers? Okay. Das bedeutet also... Der junge Mann, der mir so bekannt vorkam, dieser Zeitungsverkäufer vor dem Palast, das muss derselbe Horror gewesen sein, den wir auf der Liste der Exekution gesehen haben. Er wurde also gar nicht umgebracht. Das bedeutet, dass ich die Bedienstete richtig verstanden habe. Ist es in ihren Augen tatsächlich so, wie jemanden zu töten? Der Horror, der im Haus des Kamins gelebt hat, ist tot. Derjenige, der übrig geblieben ist, ist einfach irgendjemand, der sein Leben mit seiner Liebsten verbringt. Trotzdem ist das immer noch besser, als ihr Leben tatsächlich zu beenden. Da... Das ist das... 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 Zählt das jetzt dann als Ende oder kommt da noch mal was? Zählt das jetzt? Ich habe schon gesehen, was ich schon gesehen habe. Es ist wirklich Pelvei. Es ist schon sehr schön. Aber wie hat es sich plötzlich großartig geworden ist? Ich habe schon gesehen, dass ich mich in die Zukunft verletzt habe. Ich habe schon gesehen, oder? Es ist wirklich sehr lange. ich vermute dass sie genug von den lügen hat soooいうことだったのね すんなり受け入れたの lb が言ったんだもの lb は嘘をつかないから それになんで私が今の姿になったかより 未来がどうなるかの方が気になるな ベルビーが執行官になったってことは お母様はもうこの世にいないってことだよね 教えてくれるベルビー お母様と私はどうなったか結末を知りたいの 君は運命の向き合い あらがことを諦めなかった 最初は誰も君の話を信じなかったよ だから君はつきに悩みを打ち上げた そしてある日の夜 二人で一緒にスネージナヤのオーロラを見に行こうと 私と約束を交わした 私たちは既にスネージャル スネージャーニャー なので 全体にスネージャーが満滞している 彼らを読み起こった 私たちにお母様とみにスネージャルを見る 自分の宿らされている それでも僕の安心を渡している würde ich jetzt mal schätzen oder feuer weil es wird ja nur noch eis und feuer oder feuer und eis je nachdem was zuerst kommt als nächsten archon und das ist ganz wichtig Ich denke, das ist die Voiceline ein bisschen, wie geht der Flow, oder wie? Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzen kann, was ich nicht verletzen kann. Ich weiß nicht, was du für die Freiheit zu geben? Ich weiß nicht, dass ich nicht verstehe. Aber ich weiß nicht, dass mein Vater von Haus of Hearth ist. Ich weiß nicht, was du für die Kinder zu geben. Ich weiß nicht, was du für die Freiheit zu wählen. Bis zum nächsten Mal. Königin wohl eher. Äh, vom freien Reich des Windes erzählen, also Mondstadt, vom Reich des Windes erzählen. Der Reich des Gesteins, also Lewine, wir reden mal zwischen, wobei, komm, wir machen. Wir fangen von oben an. Pff, eine Guardian. Vom Reich des Gesteins. Vorträge. Wird das danach weggemacht oder warum ist das so ein Ausfall? Wird 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 das so ein Ausfall? vielleicht ist dies das erste mal dass sie sich wirklich entspannen kann aber wie lange diese moment wohl anhalten wird mit der zeit wird sie wahrscheinlich alles wieder vergessen haben was wir erzählt haben und wieder das verängstigte kleine mädchen sein dass sie sich nur in den schatten verstecken kann ich war so in gedanken versunken dass ich es fast noch bemerkt hätte dass es hier ist fast nicht bemerkt hätte die sonne ist fast aufgegangen war es dunkel frede 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 ... Oh, ich habe mich nicht vergessen. Ich werde nicht mehr als einiger. Aber ich bin sehr froh, Verbeere. Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr als einiger. Oh, Laisidao. schon irgendwie hart aber auch krass diese story am ende da ist schon wieder die sache mit polar lichtern in snenzia oder wie man das ausspricht soll es also eine anspielung sein dass wir dort als nächstes hinreisen werden so i spend jahre zahe no kioke mori setzter korea johsakino basi nissera wakare oder zugele時間 zurück nach nattesima kui wa kino mito damit ok oto soma Warum er wohl zurückgekommen ist? Hör, Herr Schüppel. Er hat die Felioren die Musik gefeiert, nach dem sie nach Hause kam. Wie tun Sie das? Er hat mich gefeiert. Aber ich denke, Sie müssen sich einigen, dass sie sich wegzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn zufrieden hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich an, dass ich ihn zufrieden habe. Ich weiß, dass ich mich an, um Lene zu gewinnen. Ich weiß, dass du dich an, Lene zu gewinnen. Ich möchte dich an, die nächste Reich zu retten, aber ich würde mich nicht zu sagen. Ich dachte, ich würde mich an, um diese Reich zu gehen. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Es ist wichtig, dass ihr die Familie zu retten. Wenn ihr die Familie zu retten, ist, dass ihr die Familie nicht verletzt. Ich habe heute eine große Herausforderung für dein Vater gemacht. Das ist, was Rine zu kämpfen hat. Rine ist ein英雄. Das war's für mich. Ich weiß nicht, dass ich die Untertitelung im Auftrag des WDR Das war's für mich. Das war das letzte Mal, aber jetzt ist es so ein Schmuck, wie in der Schmuck, wie in den Häusern von Haus of Hearth. Und in der Schmuck, dass die Schmuck auf den Schmuck aufstehen. Die Schmuck, dass die Schmuck aufstehen. Die Schmuck aufstehen und die Schmuck aufstehen. Ah, da sind es bald schon 40 Minuten, wo die hier so das End-Intro gelabert hat. Wartet zwei Tage und dann regnet es. Naja, das mache ich aber dann in der nächsten Folge, das End-Intro besser gesagt. Ich sage dann schon mal, Tschüssikowski, bis dahin, bis zur nächsten Folge, man sieht sich, man hört sich und ja, man sieht sich in zwei Tagen später, mal gucken. Ja, wann ist nochmal das nächste Banner, in einer Woche, na dann, Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.